Ich warte. Dieser Ort. Wir erzählen Sie mal, hier. Ja? Versuchen wir mal ein paar einfachere Sachen gegen ihn. Inserter's Pop. Du musst wohl was anderes ausprobieren. Sieht mal ein Scherz an den Räumen. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Okay, er kann Magie bannen. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Äh, nicht verwandeln. Sonnenfackeln vielleicht, bitte. Ja, jetzt ist er zum Halbleichnamen geworden. Böses zerschmettern. Äh, Schutz vor dem Bösen nochmal auflöschen. Ich wurde eingekerkert. Ja. Das ist nicht schön, wenn man eingekerkert wird. Dieser Ort. Ich warte. Äh, ja? Schöne Mord. Richtig mal ja. Du musst wohl was anderes ausprobieren. Okay, Magie wurde gebannt. Da müssen wir ein bisschen entgegenwirken. Hm. 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 Ja, wie schütze ich mich nochmal vor ein Kerrkog? Das ist die gute Sache. Hm. Äh, nicht das, sondern... ...das. Und... Oder ich sollte mir Sonnenstrahl... ...das ist die gute Sache. Ja? Nicht mal ein Kerrkog. Was kann ich tun? Ich muss wohl was anderes ausprobieren. 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 ich lach lieber noch mal neu ja, Kangakseba ist sehr stark Leicht nach Wirkung bannen Schutz vor magischen Waffen geschützt durch Zauberfalle ja, Zeitstopp sollte eigentlich hoffentlich nicht viel machen ja, verstanden und da ist Eri gestorben ja, ja da kommt der Zeitstopp haltet die Augen auf ich warte auf euren Befehl nicht gut Stahl des Rums und wieder erwischt unter der Erde rumzukriechen ist nichts für die Avariel ich muss wohl was anderes ausprobieren ja ja das war die Todeswolke da steht er wieder auf äh, ja ja muss wohl was anderes ausprobieren muss wohl was anderes ausprobieren muss wohl was anderes ausprobieren ja oh ja wenn er sich die ganze Zeit auf den Windwurm konzentrieren würde ich glaube ich bin der Avariel ich bin der Avariel ich bin der Avariel ich bin der Avariel war nicht bei ich bin der Avariel ich bin der Avariel die Avariel ich bin der Avariel ich muss ihn mit so... ich muss ihn als Licht mit Sonnenstrahl töten sonst äh... ja krieg ich ihn einfach nicht tot Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Ich muss gleich mal den wahren Blick raus. Dieser Ort wird euer Grab werden. Das Gute ist heute auf unserer Seite. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Okay, Todeszauber. Okay, die Hälfte ist wieder wach. Okay. Ja, ja, gehen wir eben die Zeile. Ich habe mich gerade wieder verklickt. Dieser Ort wird euer Grab werden. Ja? Ich warte. Meine Klingel wird euch schon verrechnen. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Ich helfe wo immer ich kann. Ja? Eigentlich sollte ich mich einfach mal zurückziehen jetzt. Ja. Ich ziehe mich erstmal zurück. Da geht nämlich sein Einkaker ins Leere. Ich kann ein neues Schutz vor dem Bösen sprechen. Und eine neue Verteidigungskoordination. Neues Gebet, wobei das ist noch aktiv. Also neuer Segel. Neue Rüstung hochziehen. Und mich einfach mal vor Todesmagie schützen. Ja. Ja. Quick Save machen und wieder rein rennen. Oder das beste hoffen. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Nächstes Mal. Komm, empfehle dich zu sich. Er hat ja hier reingekerkert. Okay. Okay. Raus hier. Nein, er hat sie wieder getroffen. Okay. Okay.